Polen galt in Europa lange als einer der wichtigsten Unterstützer der Ukraine. Sofort nach der russischen Invasion nahmen Polen Millionen ukrainische Geflüchtete auf und lieferte schneller als viele andere EU-Staaten Waffen, Panzer und Munition an die ukrainische Armee. Einen Monat vor der Parlamentswahl in Polen sind jetzt andere Töne zu hören. Regierungschef Morawiecki will der Ukraine künftig keinerlei Waffen mehr liefern. Dabei wird die Ukraine weiterhin täglich von Russland angegriffen. Es war ein TV-Auftritt mit Sprengkraft. Am späten Mittwochabend im polnischen Privatfernsehen eine Überraschung. Wir liefern schon keine Rüstungsgüter mehr an die Ukraine, sondern rüsten uns selbst mit den modernsten Waffen aus. Wenn du nicht in einen Verteidigungsfall kommen willst, musst du etwas haben, womit du dich verteidigen kannst. Die Armee sollte so modernisiert werden, dass Polen in kürzester Zeit über eine der stärksten Landarmeen Europas verfügen wird. Eine Kehrtwende in der polnischen Außenpolitik mit einer Absage an weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. Oder nur Wahlkampfrhetorik, kurz vor den Parlamentswahlen am 15. Oktober. Die Worte Morawieckis erregen international Aufsehen und lassen Platz für Interpretationen. Wenig später präzisiert ein Regierungssprecher, Polen werde alle bestehenden Verträge erfüllen. Hintergrund der Spannung ist das. Kilometerlange Schlangen an der EU-Außengrenze, stillstehende Züge bis oben hin gefüllt mit ukrainischem Getreide. Polen hat ein Importverbot verhängt. Während die Wahlkämpfe der polnischen Regierung mit dem Verbot die eigenen Bauern schützen will, sieht die Ukraine es als Affront und als indirekte Hilfe für Russland. Die Beziehungen zwischen den Nachbarländern sind gestört. Diese Anschuldigungen, dass Polen Russland unterstützt, haben nichts mit der Realität zu tun. Das verletzt viele Menschen in Polen. Millionen Polen haben die Ukraine unterstützt, ukrainischen Flüchtlingen geholfen und tun es noch. Solche Worte sollten niemals fallen. Unterdessen gehen die russischen Angriffe weiter. In der Nacht gab es wieder massive Attacken auf das südukrainische Kherson und die Hauptstadt Kiew. Im Fokus offenbar die Energieversorgung und zivile Infrastruktur. Vor dem Winter will Russland Fakten schaffen. Der ukrainische Präsident Zelensky wirbt derweil in Washington für weitere Waffenlieferungen und Luftabwehrraketen. Und in Warschau kann ich jetzt sprechen mit dem polnischen Journalisten Marcin Antosiewicz. Hallo. Hallo, guten Abend. Liebe Grüße nach Berlin. Künftig also keine neuen Waffenlieferungen, also neu verabredete für die Ukraine, stattdessen die Stärkung der eigenen Armee und Rüstungsindustrie. Wie schätzen Sie das ein? Zieht die PiS das durch oder ist das Wahlkampfrhetorik? Das ist ganz klar Wahlkampfrhetorik. In Polen wird in 24 Tagen gewählt und die regierende Partei PiS, Recht und Gerechtigkeit ist in der Defensive seit Wochen schon. Die Opposition ist in der Offensive. Der Wahlkampf läuft für die Opposition ziemlich gut und für die Regierung nicht so richtig optimal. Und alles, was Sie in Ihrem Beitrag vor ein paar Sekunden gesagt haben und gezeigt haben, es ist alles richtig. Mittlerweile hat sich heute im Laufe des Tages alles geklärt. Der Regierungssprecher hat gesagt, also alles, was bisher die ukrainische Regierung bei der polnischen Rüstungsindustrie bestellt hat, kriegt sie auch. Aber die Ukrainer werden keine neue, moderne Waffen bekommen, was wir in der Zukunft von den Vereinigten Staaten und von Südkorea bekommen sollten. Es ist noch nicht klar, was das alles kommt. Aber es geht hier, es handelt sich ja um die neue Waffe. Und vor ungefähr einer Stunde hat sich auch zu diesem ganzen Ding auch der polnische Präsident Andrzej Duda geäußert. Und seine Stimme ist ziemlich wichtig, weil hier in Polen der Präsident ist auch der Oberbefehlshaber. Und er hat gesagt, dass er die Äußerung von Ministerpräsident Morawiecki genauso versteht, wie der Regierungssprecher heute im Laufe des Tages gesagt hat. Also keine neue Waffen an die Ukraine, aber das, was jetzt bisher bestellt würde, wird weiter geliefert. Hintergrund soll ja eben auch der Streit um die Getreidetransporte sein. Da hieß es, es gebe auch Bewegung. Kann das dann doch nochmal dazu führen, dass am Ende die Ukraine doch wieder Waffen bekommt? Wie schätzen Sie das ein? Also die Ukrainer bekommen immer noch Waffen, wie ich gesagt habe, aber nicht diese modernste, die wir auch noch nicht haben. Und Polen spielt auch bei diesem ganzen Konflikt, bei diesem Krieg auch eine ganz wichtige Rolle, wenn es um die Lieferungen geht. Weil in Rzeszów, im Südpolen, es ist ein Hub und durch diesen Staat gehen alle Waffen aus dem Westen an die Ukraine. Und das wird weiter geben. Das hat auch heute Nachmittag der polnische Präsident Duda betont. Dann wird es weiter geliefert. Aber jetzt gerade PiS ist im Wahlkampfmodus. Und wie ich gesagt habe, der Wahlkampf läuft für die Regierendenpartei nicht so gut. Also vor vier Jahren, die haben über 43 Prozent bekommen. Jetzt alle Umfragen seit fast einem Jahr zeigen, dass die nicht in der Lage werden, in drei Wochen eine absolute Mehrheit zu bekommen, eine Regierung allein zu bilden. Die bekommen jetzt ungefähr 32 Prozent oder 33 Prozent. Und diese fällende 10 Prozent bekommt mittlerweile eine Partei rechts von PiS, die heißt Konfederatia. Das ist ein Wahlbundnis von rechtsextremen nationalistischen Parteien. Und das ist die einzige Partei, das Wahlbundnis, die gegen die Ukraine ist und sehr freundlich gegenüber Russland. Und PiS will einfach Stimmen von dieser Partei holen. Deswegen diese anti-ukrainische Rhetorik, weil das ist die einzige Chance für die Kaczynski-Partei, weiter nach acht Jahren Regierenden an der Macht zu bleiben. Das haben wir jetzt verstanden. Aber nochmal eine Nachfrage mit einer Bitte um eine kurze Antwort. Geht denn diese Rechnung womöglich auf? Also anders gefragt, wie ist die Stimmung in der polnischen Bevölkerung, wenn es um die Unterstützung der Ukraine geht? Ist immer noch groß. Also die Unterstützung für die Ukraine ist immer noch groß, weil man hier in Polen weiß, es geht ja nicht nur um die Ukraine. Es geht um die Verteidigung unserer Souveränität, Polens und auch anderen Ländern hier in der Region. Also es ist keine Frage der Sympathie für die Ukraine. Es ist eine Frage unserer Verteidigung hier in Polen und hier in der Region. Ich danke für die Einschätzung aus Warschau. Marcin Antosiewicz. Vielen Dank. Vielen Dank.